Es ist 20 Uhr und ich stehe hier am Stollentunnel Jungfrau Joch. Wir haben es, minus 15 Grad. Zweiter Tag, 12 Uhr und wir haben mit Nach und Krach das Lager wiedergefunden. Hier das ganze Heckteil ist ja völlig eingeschneit. Wir hatten hier eigentlich eine Freifläche gemacht von 20 x 5 Metern. Man sieht gar nichts mehr. Wir hatten hier eine Freifläche. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020